Hallo ihr Lieben, heute spiele ich mit meinem Bruder Kiano eine Runde Ballstars. Und zwar spiele ich mit Tresorraub. Okay, dann nehme ich kurz einen anderen. Nita. Willst du auch einen anderen? Okay, dann start. Ich such dich, Kiano. Willst du dich so? Oh. Gewiesen. Hey, die greifen von jeder Seite an. Hm? Ja. Okay. Ja. Ein Schuss, dann sind die Gegner tot. Ey, wir haben gerade noch gewonnen. Ja. Gut, habt ihr gemacht. Kurz aus der Runde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.